Okay, gut, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Wir sind eine grüne politische Stiftung und wir freuen uns, dass so viele hier persönlich bei uns sind, obwohl das Wetter ja nicht so angenehm ist draußen. Und das hat vielleicht auch dazu geführt, warum es so viele gibt, die uns digital zuhören heute. Also herzlich willkommen an jeden hier im Raum, aber auch im Livestream. Die Veranstaltung heute ist immer noch das 30-jährige Jubiläum des EU-Binnenmarkts. Also es ist eine Zeit der Bestandsaufnahme, um nach hinten zu gucken, aber eben auch um nach vorne zu gucken, um zu sehen, was kommt in der Zukunft auf uns zu. Der Binnenmarkt ist ja kein Selbstzweck, sondern ein Versprechen der europäischen Integration und Entwicklung. Es ist ein Power-Faktor. Michelle hat gesagt, der einzige Grund, warum Mr. Biden und der chinesische Präsident uns respektieren, ist der Binnenmarkt. Der Binnenmarkt ist auch ein Teil des Brüssel-Effekts. Regeln, die wir aufstellen, resonieren weltweit und das weiß ich sehr gut, denn das Beispiel der Datenschutzrichtlinie ist weltweit inzwischen verbreitet. Und das ist nicht nur von wirtschaftlichem Nutzen. Der Binnenmarkt im Kern ist auch ein Kern der Umweltstandards, des Verbraucherschutzes und sozialer Ziele. Und ich möchte genau dieses Element hervorheben, denn es ist klar, dass die Teilnahme in diesem Binnenmarkt und auch die Frage der Sicherheit und der Sozialstandards eine ist, die wir immer wieder hervorheben müssen. Um das zu erreichen, haben wir die Veranstaltung hier heute in zwei Teile strukturiert. Erstmal, um uns gegenseitig zu informieren und zu diskutieren. Zunächst mit einer Keynote und dann einer Debatte. Und für die Keynote sind wir hoch erfreut und glücklich, jemanden willkommen zu heißen, der von dem Europarat eingesetzt worden ist, das zu entwickeln. Er ist Präsident des Jacques Delors-Instituts in Paris und er war Dean in der International School. Und vorher war er Premier Minister in Italien und Minister für europäische Angelegenheiten. Also die bestmögliche Person hier bei uns, um in die Vergangenheit und in die Zukunft des Binnenmarkts zu gucken. Enrico Letta, bitte, die Bühne gehört dir. Vielen Dank. Es ist mir eine große Freude, hier zu sein und die Gelegenheit zu haben, hier zu sprechen. Erstmal möchte ich mich für die Einladung bedanken und in erster Linie Anna Cavazzini für die fantastische Arbeit, die wir zusammen machen, wenn ich das so sagen darf. Sie ist Vorsitzende des Europäischen Parlamentsausschusses, die die Diskussion führt und das Parlament spielt hier eine ganz wichtige Rolle in der Debatte der Zukunft des Binnenmarktes. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich freue mich natürlich auch auf die Diskussion gleich an, auf die Debatte mit unseren Freunden Franziska und herzlichen Dank nochmal an die Stiftung für die Arbeit in diesem Bereich. Wir stehen ja erst am Anfang. Es ist noch viel vor uns und in einigen Monaten wird mein Bericht vorgelegt werden und ich hoffe, dass dieser Bericht dann eine Debatte eröffnet zu den europäischen Wahlen als Hauptmoment und dann in der nächsten Legislaturperiode der Europäischen Kommission. Ich möchte damit beginnen zu sagen, dass der Binnenmarkt von Jacques Delors ins Leben gerufen wurde. Jacques Delors in den 80ern hat diesen Prozess angeschoben und dann hat er gesagt, mir ist bewusst, dass es unmöglich ist, sich in einen Binnenmarkt zu verlieben. Und ich habe mit dieser Definition angefangen, meine Arbeit, wenn man sagt, als Präsident der Jacques Delors Instituts, sage ich immer, Jacques Delors hat natürlich immer recht. Aber diese Definition, das ist seine Definition, meine Generation, die Generation derjenigen, die erwachsen geworden sind, als die Berliner Mauer gefallen ist und das ist das Zentrum unserer Geschichte. Am Ende des Tages haben wir uns doch mit der Freiheit, in die Freiheit verliebt, die durch diesen Binnenmarkt in dem alten Europa geschaffen worden ist. Und am Anfang ist genau dieser Binnenmarkt nicht eine technische Frage gewesen, sondern eine Angelegenheit des Herzens. Denn es ging um Freiheit, um die Freiheit, um die Bewegungsfreiheit, um die Freiheit, die Grenzen abzuschaffen, die Bewegungsfreiheit, die Freiheit zu lernen und sich auszutauschen. Und ich muss sagen, dass der Binnenmarkt später technisch etwas zu technisch geworden ist vielleicht. Und das ist der Grund und mein erster Punkt in dieser Hinsicht ist und vielleicht auch der wichtigste Hinweis. Ich glaube ganz fest daran, dass wir eine erfolgreiche Europäische Union nur haben können, wenn wir die wahren Werte im Herzen des Binnenmarktes nehmen und voranbringen, aber eben nicht in technischer Hinsicht, sondern in der Ansicht des Herzens, wenn ich so sagen darf, wie ich glaube. Wir sind auch genau am richtigen Zeitpunkt, das zu tun, aus verschiedenen Gründen. Zunächst mal, wenn ich einen, wie soll ich sagen, eine Zusammenfassung dessen geben soll, was ich bis heute getan habe in den letzten drei Monaten, indem ich in Europa gereist bin und die verschiedenen Akteure, das Parlament, die Regierungen, die Gerichte, die Debatten, die Universitäten, die Studenten besucht habe, dann habe ich den Eindruck, dass wir in einer Phase sind, wo es sozusagen eine gewisse Müdigkeit des Binnenmarktes gibt. Und warum ist das wohl so? Was sind die Gründe dafür und was können wir tun, um diese Müdigkeit zu überwinden? Zunächst mal, warum überhaupt Müdigkeit? Nun, wir haben den Eindruck, dass das, was für den Binnenmarkt gebraucht worden ist, haben wir. Und was jetzt nötig ist, um ihn zu vervollständigen, liegt nicht in unserer Hand. Aus vielen Gründen. Es ist kompliziert. Wir sehen Fragmentierung. Wir sehen verschiedene andere Prioritäten und es gibt eben diese Schwierigkeiten, die Energie aufzubringen, den das Projekt des Binnenmarktes tatsächlich zum Abschluss zu bringen. Heute ist es eine Fragmentierung, die wir sehen. Es ist eher heute noch fragmentierter als gestern. Da könnte ich jetzt viele Beispiele zu anführen. Heute ist der Binnenmarktfragmentier erst mal wegen der globalen Änderung, die wir sehen und aufgrund der Tatsache, dass der Binnenmarkt einen Punkt erreicht hat, wo es notwendig ist, nicht durch Trägheit weiterzuwassen, sondern einen großen, festen politischen Willen aufzubringen, um die Hindernisse, die uns jetzt im Weg stehen, aufzuräumen. Und das sehe ich nicht. Ich sehe heute vielmehr viele Länder, die darüber nachdenken, dass beispielsweise die Umsetzung der Regelungen den einzelnen Ländern überbelassen sein kann, wo sie ihre Nationalinteressen verfolgen können und eben nicht einem gemeinsamen Rahmen und einem gemeinsamen Spielfeld folgen, um die Gemeinschaft zu stärken. Ich beginne damit zu sagen, dass diese Schwierigkeiten, die wir heute haben, eine Lösung finden können. Und welche Lösung kann das sein? Es gibt da zwei Lösungen, die ich jetzt ins Zentrum meiner Betrachtung stellen möchte und auch der Debatte. Wir müssen einen Boost für den Markt finanzieren. Wenn wir das nicht machen, dann wird es in der Zukunft sehr, sehr schwierig und der Erfolg der europäischen Integration wird eher ungewiss. Und ich sehe diesen Booster einmal in der Sicherheitsfrage und in dem Wandel. Und das möchte ich nochmal etwas entwickeln. Erstmal, wir sind am Ende einer Legislaturperiode, die von dem Green Deal geprägt war. Und wir hatten eine große politische Debatte. Ich kann mich nicht anderer Legislaturperioden erinnern, wo wir ein so zentrales Thema hatten. Wir hatten das und ich glaube, das war gut. Das ist gut umgesetzt worden. Aber wir haben vielleicht etwas viel versprochen. Wenn ich wir sage, dann meine ich, dass wir schon den einen oder anderen Ansatz hatten, um etwas zu viel zu versprechen. Und die Diskussion, die wir heute haben, geht um die Zukunft des Green Deals haben, geht um die Zukunft des Green Deals. Wir wissen sehr genau, dass die Debatte in vielen Ländern sich um die Möglichkeit, um den Weg drehen, wie wir diese Energiewende umsetzen. Einige Länder wollen die Umsetzung der Regelungen etwas ausbremsen, weil sie sagen, es geht zu schnell. Und die Konsequenz ist, dass sie fossilen Energien zunehmen weltweit. Also in dem gleichen Zeitraum, wo einige sagen, wir sind zu schnell, steigt der Verbrauch der Fossilen. Ich glaube, was heute notwendig ist, eine Möglichkeit zu finden, die Zukunft des Binnenmarktes mit der Energiewende zu verknüpfen. Und das ist etwas, was wir auch im Europäischen Parlament schon debattiert haben. Aber auf meinen Reisen durch Europa mit den Diskussionen, mit den Bürgerinnen, mit den Studentinnen, mit den Regierungen habe ich mitbekommen, dass das der Kernpunkt ist. Wie kann man die Zukunft des Binnenmarktes mit der grünen Wende verknüpfen? Warum sage ich das? Es ist die einzige Möglichkeit, erfolgreich zu sein in dieser Wende. Und das möchte ich hier sehr klar darstellen. Ich bin ein großer Freund der Generation Neue. Ich bin ein großer Freund der EU, der Investitionen. Ich weiß aber auch sehr gut, dass es sehr schwierig sein wird, die nächste Generation der EU zu haben. Denn die Bedingungen, in denen wir sind, in denen wir die nächste Generation, die großen Investmentsfonds und so haben, die wir 2020 aufgelegt haben, die waren, sind unter ganz besonderen, einzigartigen Bedingungen zustande gekommen, wegen Covid-19 und der Rezession, die daraus gekommen ist. Wir hatten diese Rieseninvestitionen auf 500 Milliarden Euro komplett in die grüne Wende investiert. Und zwar in allen europäischen Ländern mit Erfolg und für eine lange Zeit. Ich kann Ihnen sagen, dass eine der Aussagen, die ich auf meinen Reisen gehört habe, ist, es ist eine einmalige Gelegenheit. Das ist die Reaktion einiger Länder. Und wenn ich das richtig verstanden habe oder richtig sehe, das überlasse ich ja bei Ihnen, ist es auch etwas, was einen Widerhall in der politischen Debatte in Deutschland findet. Diese einmalige Gelegenheit. Wenn wir damit durch sind, dann werden wir wieder auf die normale Budgetvergabe in der EU kommen und jedem Land die einzelnen, die einzelnen, die eigenen Entscheidungsmöglichkeiten lassen. Ich denke, das wäre eine Katastrophe für die Zukunft des Binnenmarktes und der Energiewende. Und deswegen müssen wir die Bedingungen schaffen, eine zweite Investitionsrunde mit öffentlichem Geld zu initiieren. Und das geht nur über privates Geld, was sich auf die grüne Wende fokussiert. Und die einzige Möglichkeit, das zu tun, ist eben, die Einheit des Kapitalmarktes zu schaffen zu den Bedingungen des Binnenmarktes. Und der einzige Weg, das zu tun, ist, sich sehr genau darauf zu konzentrieren, wie wir diesen Kapitalmarkt aufbauen können. Das ist auch wieder etwas, in das man sich schnell verlieben kann. Das muss technisch und richtig aufgebaut werden. Aber damit, wenn das richtig gemacht wird, dann gibt es die Möglichkeit, genug effektive Finanzkapazitäten und Mittel aus der Privatwirtschaft zu erheben, um das in die grüne Wende zu investieren. Ich sage das aus einem Grund. Der europäische Markt, die europäischen Märkte sind so schwach im Vergleich mit den amerikanischen Märkten. Uns ist klar, dass jedes Jahr zwei Prozent des europäischen Sozialproduktes sind die Ersparnisse der Menschen, die Europa verlassen, um in die USA zu gehen, um die amerikanische Wirtschaft zu finanzieren damit. In verschiedensten Initiativen, und wir wissen ganz genau, dass wir Bedingungen schaffen müssen, damit diese zwei Prozent des Bruttosozialproduktes in Europa bleiben. Und wir müssen Bedingungen schaffen, die es erlauben, diese große Summe Geld in die grüne Wende zu investieren. Wir müssen ein Vehikel schaffen, und das ist nötig, und die einzige Möglichkeit, diese Ersparnisse der Europäer dafür einzusetzen. Warum sage ich das? Ich sage das, weil ich das als einzige Möglichkeit sehe, die Akteure, die Regierungen anderer Länder, selbst in der öffentlichen Debatte in Deutschland zu überzeugen, um privates und öffentliches Geld zusammenzubringen für die Energiewende. Wenn wir in der Lage sind, das zu tun, dann kann die grüne Wende für das nächste Jahrzehnt Realität werden. Wenn nicht, dann wird die grüne Wende auf europäischer Ebene in der öffentlichen Debatte versiegen. Aber jedes Land wird sagen, ich entscheide selber, was ich mit meinem Geld mache. Und wir wissen sehr gut, dass eins der Hauptfragmentierte, Teile der Fragmentierungsdiskussion in Europa genau darum geht, um die staatlichen Hilfen. Und das heißt ganz einfach, wenn man keine gemeinsame Finanzpolitik hat, kein gemeinsames Standbein, dann überlässt man das am Ende den einzelnen Mitgliedstaaten. Und jeder einzelne Mitgliedstaat alleine heißt, es gibt kleine Länder, die kein Geld haben, das zu tun. Es gibt hochverschuldete Länder, die können das nicht tun. Und damit überlässt man es einigen wenigen Ländern, den großen zum Beispiel wie Deutschland, aber auch anderen kleineren Ländern. Und das bedeutet, wir fragmentieren das System und es wird unmöglich werden, eine effektive und erfolgreiche grüne Wende hinzulegen. Und deswegen ist mein erster Hauptpunkt hier, wenn wir die grüne Wende wollen, dann müssen wir den Binnenmarkt vervollständigen. Wir müssen den großen Binnenmarkt haben. Warum? Was ist der Binnenmarkt? Der Binnenmarkt sind vier Freiheiten. Friedenheit, der Bewegung, der Waren, der Dienstleistungen, der Menschen und des Kapitals. Und wir sehen heute, dass wir eine symmetrische Umsetzung des Binnenmarktes haben müssen. Bei Waren funktioniert das. Für die Menschen funktioniert es nicht perfekt, aber ich würde sagen, es geht. Bei Dienstleistungen funktioniert es schon nicht mehr so gut und für Kapital ist es eine Katastrophe. Alles ist in den USA. Die Kapitalmärkte werden von den USA diktiert. In Europa existiert das nicht und wir können nicht so agieren, wie wir möchten. Das ist der Grund, warum im Kern der Diskussion aus meiner Sicht die Frage stehen muss, wie können wir die Zukunft des Binnenmarktes mit dem Teil, der am wenigsten integriert ist, mit der grünen Wende verbinden. Das ist nicht leicht, aber aus meiner Sicht ist das der Kern der Diskussion, die wir führen sollten. Denn wenn wir uns in die Lage versetzen, das zu tun, dann kann ich nur noch mal unterstreichen, ist die Möglichkeit in der Zukunft eine große Investition aus öffentlichem und privatem Geld zu sehen. Wir wissen alle sehr gut, dass es ohne Geld sehr kompliziert werden wird. Sehr kompliziert für die sozialen Aspekte, für die Investitionsfragen, die nötig sind. Und wir wissen sehr gut, dass dieses Geld, dass wir das insgesamt aufbringen müssen, genauso wie wir das für die nächste Generation der EU gemacht haben. Mein zweiter Punkt adressiert die Sicherheit. Warum sage ich Sicherheit? Aus einem einfachen Grund. Denn wir in der Europäischen Union, wir waren in der EU, als der Binnenmarkt in einer Welt angefangen hat, in der wir gedacht haben, dass der Rest der Welt bereit war, unsere Wertesysteme zu übernehmen, unseren Rechtsstaat zu übernehmen. Das war vor 30 Jahren weltweit so. Wir haben dieses System erschaffen, indem wir, für uns als Europäer war das nicht so schwierig, die Technologie aus China zu nehmen, Gas aus Russland zu kaufen, Öl aus den arabischen Ländern zu importieren und, wie sagt man, von den Amerikanern beschützt zu werden. Das war das System, das wir erschaffen haben. Und da gibt es Länder wie Deutschland und Italien, die da absolut völlig gleich sind. Wir sind sozusagen Zwillinge. Vor einigen Jahren haben wir verstanden, dass diese friedvolle Welt, die wir erschaffen haben, doch nicht ganz so friedvoll war. Und ich habe das mal beschrieben, indem ich gesagt habe, eine brutal Welt ist das, die uns umgibt. Und wir hatten gedacht, vor 20 Jahren, 30 Jahren, dass wir in eine Phase der Welt eintreten, die komplett anders sein wird, weil Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte an Boden gewinnen. Auch mit Blick auf die grüne Wende. Aber plötzlich haben wir in den letzten Jahren erkennen müssen, dass die Welt komplett anders funktioniert. Erstmal haben wir erkannt, wegen der Kriege, wegen der russischen Aggression in der Ukraine. Ich gehöre zu denjenigen, die schockiert waren von dem, was passiert ist, weil ich hatte immer im Hinterkopf die Bilder. Zufällig habe ich mein Land in den letzten beiden multilateralen Veranstaltungen vertreten, wo Putin einer von uns war, in Anführungsstrichen, G7 und G8. Damals war G7, G8 und das war 2013 und Putin war da. Und wer da war, kann sagen, für mich ist es schockierend gewesen, zu sehen, was da jetzt passiert ist. Ich kann mich an die G20 erinnern, die Putin in St. Petersburg ausgerichtet hat. Und er war da wie einer von uns, wenn ich das so sagen darf. Und heute sind wir in einer komplett anders gearteten Welt. Wir kommen zurück zu den dunkelsten Zeiten des 20. Jahrhunderts, wo wir versuchen, unsere Probleme mit Panzern zu lösen und Grenzen zu verschieben mit der Idee, dass der aggressive Ansatz der erfolgreichste ist. Mein Land hat sich dazu positioniert als ein Land der freiheitlichen Werte, der Rechtsstaatlichkeit. Und viele sagen, dass, naja, wir haben Putin versprochen, dass die Ukraine in seiner Einflusssphäre bleibt. Und dass wir haben damit eine Provokation ausgelöst, dem kann ich aber nicht zustimmen. Aus einfachem Grund, denn der Yalta-Ansatz war im letzten Jahrhundert gilt da. Heute geht es um die Freiheit, dass jeder sagen kann, wo er leben möchte oder jede sagen kann, wo sie leben möchte. Und es liegt nicht an uns. Es liegt nicht am Tisch der Führerinnen, wo die Ukraine zu sein hat. Und die Freiheit der Menschen heute ist Teil dieser komplizierten Debatte. Und ich möchte das mit dem Binnenmarkt verbinden, denn die Zukunft der Europäischen Union ist die Zukunft, die sich mit der Sicherheit verbindet. Damit meine ich viele verschiedene Dinge. Einmal die Energiesicherheit, die Sicherheit in der Lage zu sein, unabhängig zu sein, unabhängig von Technologie. Aber Unabhängigkeit von Technologie und Energie heißt, wir müssen die Werksteige, die Ziele, das Geld, Forschung, Innovation, Industrie und Telekommunikation zusammenbringen. Telekommunikation sind wir aus meiner Sicht einer verrückten Situation, dass die weltweite Telekommunikation, die durchschnittliche Anzahl der Kunden, die ein chinesisches Telekommunikationunternehmen hat, ist 400 Millionen. In Amerika sind das 100 Millionen, in Europa 5. Und wenn wir natürlich solche verhältnismäßig kleinen Unternehmen haben, dann ist es sehr schwierig zu glauben, dass die Dimensionen keinen Unterschied machen in dem, dass man Konnektivität aufbaut, Innovationen und Forschung für die Zukunft aufbauen kann. Sicherheit bedeutet auch Sicherheit im Sinne von sozialer Nachhaltigkeit. Ich möchte noch einen weiteren Punkt hinzufügen, der meiner Auffassung nach ausschlaggebend ist für die Zukunft des Binnenmarktes. Ich habe ja schon Folgendes erwähnt. Für die ArbeiterInnen ist Mobilität heutzutage eine Möglichkeit. Ich würde noch einen weiteren Punkt gerne hinzufügen wollen. Also ich nutze die Gelegenheit hier, um Überlegungen zu teilen mit Ihnen. Ich möchte hier nicht schon spoilen in Bezug auf meine Schlussfolgerung, aber mich interessieren hier Ihre Reaktionen. Der Binnenmarkt. Das bedeutet erst einmal die Freizügigkeit. Das bedeutet, das Waren, Menschen, Dienstleistung, Kapital, Freizügigkeit genießen. Aber ich denke, ein Hauptproblem in der europäischen Politikdebatte heute, das ist der Umstand, dass es so große Teile unserer Bevölkerung gibt, die uns beschuldigen. Die sagen, ihr seid diejenigen, die Europa wollt. Und zwar ein Europa der Elite. Ein Europa nur für diejenigen, die Freizügigkeit sich wünschen. Die mobil sein wollen. Die eine andere Sprache sprechen wollen. Die in einem anderen Land leben möchten. Die einen Arbeitsplatz haben wollen in einem anderen Land. Aber es gibt auch sehr viele in unserer Bevölkerung. Die wollen gar keine Freizügigkeit. Die möchten lieber in ihrem eigenen Land bleiben dürfen. Und das ist ein Widerspruch, denke ich, im Zusammenhang mit dem Binnenmarkt. Aber wir müssen den Binnenmarkt ergänzen, um diese Freiheit in seinem Land bleiben zu dürfen. Wenn wir das nicht noch hineinbekommen in unseren Binnenmarkt, dann übernehmen das die Populisten, dann übernimmt das die Rechte. Und das, denke ich, das ist für sie viel zu wirksam. Viele Leute wollen EuropäerInnen sein, wollen aber eine EU haben, die sie beschützt. Und sie zu beschützen, wenn ich das so sagen darf, also in der guten Art und Weise beschützen, darum geht es. Ich denke, wir müssen darüber etwas nachdenken. Wenn ich hier sage, das Recht, an einem Ort zu bleiben, wo man leben kann, in anständiger Art und Weise Dienstleistung hat, Infrastruktur, grüne Transition, die Möglichkeit hat, sich dort aufzuhalten, in einem würdigen Umfeld und so weiter und so fort. Ich würde sagen, ich bin etwas selbstkritisch, muss ich das anmerken. Ich denke, wir hatten noch nie uns besonders darauf fokussiert. Wir hatten immer den Eindruck gehabt, es geht für uns darum, weiterzumachen, immer wieder dieses Thema Mobilität, Freizügigkeit hervoranzubringen. Ja, ich bin mit einer der mobilsten Menschen in der EU, glaube ich. Montag war ich in Luxemburg, Dienstag war ich in Berlin. Mittwoch gestern, nein, Dienstag in Brüssel, Entschuldigung, gestern war ich in Berlin. Morgen werde ich in Stockholm sein. Ich bin gerne unterwegs, aber ich weiß, es gibt sehr viele Menschen, die wollen nicht unterwegs sein. Die wollen das Recht haben zu bleiben und wir müssen ihnen zu diesem Recht verhelfen, auf eine würdige Art und Weise. Und ich möchte gerne unterstreichen, hier hervorheben, wie wichtig dieses Thema ist. Und ich möchte noch eine andere große Aufgabe hinzufügen, nämlich es gibt die Aufgabe, dass, also Jacques Delors, als er den Binnenmarkt erfunden hat, hat er den Binnenmarkt für Freizügigkeiten erfunden, für Dienstleistungen, Kapital, Ware und Menschen. Aber diese Definition mit diesen vier Kategorien, die ist meiner Auffassung nach nicht ausreichend für das, was sich heute zuträgt. Ich denke, da gibt es noch eine fünfte Freiheit. Und ich denke, über die müssen wir nachdenken. Und ich überlasse Anna diesen Punkt. Ich denke, die Diskussion in den kommenden Wochen in Bezug auf diesen Punkt kann interessant werden und auch heute kann das interessant werden. Es ist eine fünfte Freiheit. Und ich denke, letztendlich der beste Begriff, dem Ganzen einen Rahmen zu geben, ist Kenntnis, Wissen. Also Wissen über all diese verschiedenen Aspekte, die damit zu tun haben, mit Wissen, mit Fähigkeiten, mit der Art und Weise, wie Innovation sich weiterentwickeln kann. Und wir brauchen einen Binnenmarkt. Also die Freizügigkeit, auch die Möglichkeit für Wissen, für Innovation, dass das wirklich hier der Aufschwung wird für die europäische Integration. Sollte uns das nicht gelingen, dann haben wir immer noch hier den Binockel aus der Vergangenheit auf der Nase. Und ich denke, wir müssen in die Zukunft schauen. Und ich denke, das bringt uns zu dieser Diskussion über die KI-Rolle, die der Technologie zukommt und sonstige Aspekte. Und für mich ist das etwas so Wesentliches, so Wichtiges. Ich würde das gerne hier damit belassen. Das ist hier mein letzter Punkt. Ich denke, was ich bisher gesagt habe, sofern das zutreffend ist, dann haben wir eine letzte große Aufgabe vor der Brust. Und das würde ich hier gerne zu dem Hauptpunkt unserer Debatte ernennen. Nämlich manchmal, wenn ich diese Diskussion über die Zukunft Europas führe, über die Welt, über die USA, Asien, dann habe ich auch, also hat doch schon jemand so gesagt, ich denke, in der Wahrheit waren wir ja die HerrscherInnen der Welt in der Vergangenheit. Jetzt wollen wir es nicht mehr sein. Wir wollen einfach nur in Würde leben, ohne den Wunsch zu haben, hier die Welt zu beherrschen. Ich habe diesen Punkt durchaus schon vernommen und ich denke, wir können das so nicht akzeptieren aus einem einfachen Grund. Die Welt von heute ist eine Welt, die von Zwischenabhängigkeiten geprägt ist, gegenseitigen Abhängigkeiten, auch wenn wir die anderen nicht beherrschen wollen. Und auch das gar nicht vorhaben, irgendjemanden zu dominieren, zu beherrschen, müssen wir mit an dem Tisch sitzen, wo die Regeln aufgeschrieben werden. Denn diese Regeln, die werden dann auch für uns aus einem einfachen Grund eine wichtige Rolle spielen. Nämlich Technologie, das heißt heute, das sind Orte, wo diese Regeln aufgestellt werden. Und wir müssen mit an diesem Tisch sitzen, wo die Regeln aufgestellt werden. Wir saßen an diesem Tisch und wir sitzen aber nun nicht mehr an diesem Tisch. Ein einfaches Beispiel, GSM, das war eine europäische Technologie. 5G ist es nicht mehr, ist keine europäische Technologie. Also jeder von uns hat ein Mobiltelefon, vielleicht sogar zwei Immobiltelefonen in der Tasche und vor 20 Jahren hier ein ganzer Teil in diesem Raum, die würden noch Nokia-Handys gehabt haben. Und heute haben wir alle Handys, die keine europäischen Geräte sind. Kann man jetzt zu sagen, naja, was soll's, ist kein Problem. Also es ist jetzt nicht wie die Debatte ums Fernsehen. Nein, es ist mehr unser Mobiltelefon ist unsere zweite Identität geworden. Wir wissen, da sind ganz viele Daten über uns drauf gespeichert. Es ist unsere zweite Identität. Und wer ist der Eigentümer dieser Daten? Also derjenige, der Eigentümer ist, hat gewonnen. Und wer ist der wahre Eigentümer der Daten? Es gibt drei Philosophien weltweit zu diesem Thema. USA in Bezug auf diesem Thema. Also letztlich der Markt gewinnt. Der Markt ist der Gewinner. Sie wollen keine Regeln. Sie zeigen mit dem Finger auf uns, weil wir zu viele Regeln aufstellen und zugleich die einzige Art und Weise Ansehen eines Unternehmens auf dem Markt. Das ist es. Aber der Eigentümer ist der Markt. In China ist der wahre Eigentümer der Staat. Der wahre Eigentümer der Daten ist letztlich der Staat. Wir haben so viele Beispiele in Bezug darauf. Ich denke, wir müssen stolz sein über den Umstand, dass es, was uns betrifft, wie uns EuropäerInnen betrifft, die Person ist letztlich der eigentliche Eigentümer oder die Eigentümerin über die Daten. Und dieses Eigentumsverhältnis ist in Bezug auf Regeln etwas sehr Ausschlaggebendes. Und darum müssen wir kämpfen. Und ich denke, das sollten wir tatsächlich tun. Und wie ich das schon gesagt habe, ist ein ganz altes Thema hier, Datenschutz in Bezug auf unsere Mobiltelefone. Aber heute gibt es so viele Themen, die mit damit einhergehen. Und am Ende des Tages müssen wir geeinter sein. Ein Binnenmarkt, ein digitaler Binnenmarkt, das bedeutet auch die Fähigkeit unserer europäischen Unternehmen stärker zu sein. Die Fähigkeit von uns allen stärker zu sein. Gebündelt sind wir stärker, können mit an diesem Tisch sitzen. Das ist der ausschlaggebende Punkt. Diese Haltungen kennen Sie, dass es hier zwei Arten von Ländern gibt in Europa. Erste Gruppe sind die kleinen Länder. Zweite Gruppe sind die Länder, die sich nicht mehr darüber im Klaren sind, dass sie kleine Länder sind. Das ist nun die Vision von europäischen Ländern. Und wir wissen, wir sind alle kleine Länder. Und wir können nur, wenn wir geeint auftreten, mit am Tisch sitzen. Und damit möchte ich enden. Ich muss sagen, ich freue mich sehr, hier über diese Gelegenheit zu sprechen. Und auch aus einem anderen einfachen Grund freue ich mich. Denn von Anfang an, seit meinem ersten Treffen mit Anna in Brüssel, hatte ich mir gewünscht, dass ich hier diese Übung nutzen darf. Oder dieses Mandat erhalte, einen Bericht über den Binnenmarkt zu schreiben als eine kollektive Übung. Ich bin hier ein Werkzeug. Eine Stimme bin ich. Eine Stimme, eine Austräger für eine kollektive Übung. Also High-Level-Report. Normalerweise war das hier nicht die Aufgabe. Ich bin nicht hier, weil ich Theorien habe, Ideen habe, weil ich darüber ein Buch schreiben wollte. Nein, ich bin hier, weil ich der Auffassung bin, dass jetzt der Moment gekommen ist, die europäische Integration wieder anzustoßen. Und das können wir tun, indem wir die Zukunft des Binnenmarkts wieder neu anstoßen. Aber ich wünsche mir, dass wir das gemeinsam tun, dass das eine gemeinschaftliche Übung ist. Deswegen ziehe ich durch die Welt, höre zu, diskutiere, versuche auch Ideen, Vorschläge aufzugreifen. Ich bin da wirklich sehr offen in Bezug auf neue Ideen und auf neue Vorschläge. Und ich bin mir sicher, hier am Ende des Treffens werden wir viele neue Ideen haben für die Zukunft des Binnenmarkts. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Letter. Vielen Dank für diese Perspektiven, Gedanken über die Zukunft des Binnenmarkts. Ich möchte nun gerne die anderen Sachverständigen, die Sie auch schon erwähnt haben, hier auf die Bühne bitten. Also ich heiße Franziska Brandner herzlich willkommen, die Mitglied des Deutschen Bundestags und Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Klima. und sie war auch im Europäischen Parlament von 2009 bis 2013 mit dabei. Anna Cavazzini ist auch dort Mitglied und auch sie heißen wir herzlich willkommen und auch sie bitten wir hier mit auf die Bühne. und Mitglied des Europäischen Parlaments seit 2019 und seit November 2020 war sie auch Vorsitzende des EP-Ausschusses für Binnenmarkt- und Verbraucherschutz und auch stellvertretende Stellvertreterin der EP-Brasil-Delegation. Vielen Dank für deine Anwesenheit. Wir sollten gleich beginnen, denke ich. Enrico Letter hat so viele Ideen angesprochen in seiner Keynote-Rede. Deswegen denke ich, sollten wir kurz vielleicht noch einmal einen Rückblick unternehmen. Viele wichtige Schritte wurden schon genannt. Ein integrierter Binnenmarkt, Fragen der Kapitalunion, die es zu errichten gilt. Sehr viele Fragen, die wir angehen sollen. Und wenn man sich noch einmal diese 30 Jahre des Binnenmarkts anschaut, also vielleicht sollte man hier mit Franziska einmal beginnen. Was meinst du, was war der Hauptnutzen des Binnenmarkts? Und glaubst du in Deutschland und in Europa, dass wir da das wirklich mit berücksichtigt haben, dass es hier diesen Nutzen gegeben hat? Das ist ja wichtig, wenn man dann Vorschläge ausarbeiten möchte. Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, hier sein zu dürfen. Also, so wie es auch Enrico schon gesagt hat, ich bin froh, dass Enrico sich um diese Aufgabe bemüht. Es liegt somit in guten Händen. Ich bin auch ein großer Fan von Jacques Delors und ich denke, was er geleistet hat für die EU, das weiß man nicht genau, weiß man gar nicht genügend zu schätzen. Er hat es mit der Freizügigkeit gelöst und als VerbraucherInnen haben wir dadurch sehr viel Sicherheit gewonnen. Niemand hat Sorge, wenn er zum Supermarkt geht, befürchtet, er könnte etwas essen, was nicht gesund sei. Also viele Dinge, auch wenn man in andere Länder geht, kann man da nicht so 100 pro sicher gehen. Und wenn man aber innerhalb Europas reist, kann man darüber so ziemlich sicher sein. Also Sicherheit aufgrund des Binnenmarkts und diese große Varietät, die wir haben. Oder ich weiß, wenn ich jünger gewesen bin, gab es weniger Vielfalt in den Supermärkten als heute. Da war es wirklich etwas Besonderes, Grapefruit zu essen. Und jetzt ist es etwas Alltägliches geworden. Also diese Varietät, dass man die vor der eigenen Tür hat, ohne zu reisen, auch das haben wir hinbekommen in der EU. Für mich ist es eine Freiheit und auch zugleich eine Sicherheit aufgrund des Binnenmarkts. Und es gibt damit auch viele Schwierigkeiten, die damit einhergehen aufgrund dieser Offenheit, die wir haben. Also Steuerdinge, auch wo gehen die Waren hin. Es war ein Segen, denke ich. Und häufig zugleich wird es nicht richtig beurteilt. Und man sieht nur all die Lasten, all das Negative und nicht das Schöne. Und ich erinnere mich im Europäischen Parlament, jeder hat darüber debattiert, über diese Glühbirnen. Es war eine Wahnsinnsdebatte. Man dachte, das Licht geht aus. Und heute? Wer kümmert sich noch darum? Ich erinnere mich, Debatte über den Duschkopf und dann Oliven. Also es gibt immer so Debatten. Alle schütteln den Kopf und dann ist man am Ende froh, dass jemand den Mut hatte, das Thema anzugehen. Und ich sehe auch, also nun, da ich da auf der Regierungsseite bin, häufig tut man, was erforderlich ist. Niemand muss dazu ermuntern. Dann gibt es da so einen Gegenvorschlag. Ich denke, 30 Jahre lang war die Kommission in dieser Lage, dass das vorgeschlagen werden musste, das nach der Auffassung aller Sinn machte, also eine Art von Licht zu haben, die es ermöglicht macht, gleichzeitig Energie zu sparen. Wir hätten die Dinge teilweise klüger machen können. Jacques Delors damals in seiner Zeit, wie er es getan hat, das war erst einmal hilfreich. Die Umsetzung war unbedingt nicht gleich. Perfekt, aber das war dann im Anschluss Aufgabe des Binnenmarkts. Es wurde häufig kritisiert, Binnenmarkt, das ist nur so pro-Business orientiert. Und es nutzt nur Wirtschaftsakteurinnen und nicht den VerbraucherInnen und BürgerInnen. Wie reagierst du darauf, just wenn man sich noch einmal vergegenwärtigt, wie die letzten Jahre gelaufen sind, Anna? Vielen Dank für die Einladung heute. Es ist wirklich unglaublich wichtig, dass wir diese Debatte nicht nur in Brüssel führen, nicht nur im Europäischen Parlament, sondern auch in den unterschiedlichen Mitgliedstaaten, um da zu schauen, was gibt es für einen Input, was sind hier so die Ideen, die man mitnehmen kann. Es ist auch sehr wichtig, dass du heute hier bist. Und es geht hier um wahnsinnig interessante Fakten. Als ich begonnen hatte, als junge Studentin in der grünen Bewegung, hier mit allen anderen gleichzeitig, denke ich übrigens, alles schon wahnsinnig lange her, wir hatten dort eine kritische Herangehensweise in Bezug auf den Binnenmarkt. Als das begonnen hatte, die Debatte über Europa, gut, die Binnenmarktsregeln im Vertrag, das Verfassungsgeschütz, ist vor allem Freiheit für das Business, Exporte, Importe europaweit, Freizügigkeit fürs Business, gut, und dann Sozialpolitik ist, wie sie ist, zum Beispiel soziales Wohnungsbauwesen, Niederland hat die Kommission gestoppt aufgrund der Binnenmarktsregeln. Denn die Grünen haben da einen skeptischeren Ansatz gehabt in Bezug auf den Binnenmarkt. Denn die Binnenmarktsregeln sind so wahnsinnig machtvoll. In den letzten Jahren erst haben wir das Ganze umgedreht. Da haben wir die Binnenmarktsregeln sozialer, grüner und digitaler ausgestaltet und verbraucherInnen freundlicher. Und deswegen, also jetzt auch, eher ist es innerhalb einer grünen Familiendebatte, haben wir da eher eine positive Herangehensweise. Und ich kann es jetzt sagen, Binnenmarktsregeln, das ist nun ein Werkzeug geworden für die grüne Transition, für die digitale Transition. Das ist schon mal ein großer Schritt voraus. Franziska, du wolltest auch reagieren, also ein bisschen Bezug auf die Generation, da ist es interessant für mich zu sehen, wie das sich verändert hat. Petra Kelly hat damals begonnen, sie war EU-Beamte, sie war überzeugte Europäerin, ist weggeschmolzen für den europäischen Traum und in den Reden sah man das. Sie arbeitete in Brüssel für die Institutionen und viele wissen das gar nicht, wenn sie den Namen Petra Kelly hören. Ich habe mir ihre Reden noch einmal durchgelesen. Also sie war so für pro-europäische Integration, für Freizügigkeit. Es ist interessant zu sehen, wie es dann eine kritischere Haltung dazu gegeben hat. Also was mich betrifft, pro-europäisches Engagement von Petra Kelly, das war für mich der Grund, warum ich den Grünen beigetreten bin, obwohl sie dann danach etwas kritischer geworden sind. Also Grüne, Herangehensweise der Mitgliedstaaten zu den Binnenmarkten, da hat es durchaus auch Phasen gegeben, da war der Binnenmarkt geprägt von neuen Chancen, vor allem, dass halt dadurch Freizügigkeit für ArbeiterInnen gewährleistet wurde, dass man große Unternehmen holen konnte. Es hat auch Interventionen gegeben durch Mitgliedstaaten, auch Beschränkungen, keine Grenzkontrollen. Wir haben hier auch verschiedene Phasen. Also diese letzten 30 Jahre, wie siehst du da die Entwicklung? Und die Mitgliedstaaten, haben sie daraus etwas gelernt? Haben sie verstanden, wie sie auch dem ganzen Entwicklung Schaden beifügen können? Ich denke, der große Unterschied hat mit der Welt zu tun, die uns umgibt. Das ist der wahre Unterschied. Als der Binnenmarkt begonnen hat, waren wir das Zentrum der Welt. China gab es nicht, Indien war noch nicht da, der gesamte übrige Rest der Welt war noch nicht da. Jetzt wissen wir gut, wie die Lage rund um uns bestellt ist. Wir sind geeint, also entweder treten wir gebündelt auf oder wir stehen in der Ecke. Also für mich ist der Punkt der folgende. Binnenmarkt ist heute eine großartige Chance, um in der Lage zu sein, zu verstehen, was es denn vorher gegeben hat. Also so eine Herangehensweise, wo man eine Intro-Perspektive begeht. Wir brauchen Wettbewerb unter uns. Wir wollen die Monopole brechen. Vielleicht müssen wir heute anders das Ganze gedanklich angehen. Deswegen denke ich, diese gesamte Diskussion, auch hier digitale Autonomie, das ist eine hilfreiche, gute Diskussion, insofern wir in der Lage sind, eine Digiotomie zu entwickeln, ohne allein die Idee zu haben, dass wir zurückkehren wollen zur alten Industriepolitik. Also wir müssen diese Freiheiten schützen und zugleich auch diese Idee anstoßen, dass wir in vielen Feldern zusammenstehen wollen, da wo es erforderlich ist. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir nicht mehr die erforderliche Größe erreichen. Ich möchte da ganz klar und transparent drüber sprechen. Ich bin nicht für das Entstehen von Giganten. Die USA ist schon ein Gigant. Das ist nicht per se etwas Positives, ein Gigant zu werden. Aber die EU ist immer so eine Mischung zwischen klein und groß. Überall, Mitgliedstaaten, Unternehmen, überall ist es so eine Mischung zwischen klein und groß. Das große Problem ist, dass die Kleinen von gestern sind die Kleinen von heute und werden auch die Kleinen von morgen sein. Die Gestern von gestern, da ist der Unterschied. Also die Großen von gestern, die Großen von morgen, die Großen von heute, die müssen etwas größer sein als die Großen von gestern. Ich habe dieses Beispiel schon angebracht. Ich kann hier auch von anderen Beispielen sprechen. Wenn man das nicht hinbekommt, heute groß zu sein, die heute groß sind in den USA und China, die werden uns beherrschen. Deswegen gibt es die Dringlichkeit, zusammenzustehen und diese strategische Autonomie im Kopf zu haben. Du hattest ja erwähnt, es ist eine neue Art Mensch, einen Menschen, den wir brauchen. Also es ist nicht mehr eine neue Union, nicht mehr Stahl und Kohle. Was sind die Bausteine? Du hast den Kapitalmarkt erwähnt, der für Investitionen sorgen muss, für Innovationen sorgen muss, die wir noch brauchen. Aber es steht ja auch noch die Frage im Raum, was ist das richtige Modell, hier vielleicht diejenigen zu sein, die in gewissen Bereichen Standards setzen, wenn wir über Rohstoffe sprechen. Franziska, wo siehst du die wichtigsten Bausteine, die wir jetzt aufbauen müssen, um diese moderne Union erschaffen zu können? Ich würde auf jeden Fall zu dem Thema Kapitalmarkt zustimmen. Das ist schon lange da, es ist kein neues Thema und wenn man das mal runterbricht auf Insolvenzrecht und so weiter, wird das schon eher kompliziert. Aber wir müssen das angehen. Und eine der Hauptprioritäten der nächsten Kommission wird sein, hier klare Vorschläge zu machen zu diesem Thema. Aber ich glaube, wir müssen gar nicht so viele neue Bausteine entwerfen, sondern diejenigen, die wir schon haben, schneller und leichter machen und zweckmäßiger gestalten. Und die grüne Wende, das stimme ich zu, digital und das Retten der Demokratie, das sind die Hauptziele, die wir verfolgen müssen. Ich würde noch hinzufügen, die Demokratie zu Hause zu behalten. Du hast es leicht angesprochen, aber ich denke, wir müssen sicherstellen, dass wir das in der Perspektive behalten, wie wir den Binnenmarkt einsetzen, um die Regeln als Grundlage der Demokratie aufzuhalten, Korruption und diesen ganzen Dingen zu begegnen und sicherzustellen, dass der Binnenmarkt uns tatsächlich hilft. Wenn ich sage, die Bausteine müssen einfacher und schneller werden, wir haben in der Vergangenheit Direktiven verwendet anstatt Regelungen, weil es da einfacher ist, Kompromisse zu finden. Wenn man auf europäischer Ebene einen Kompromiss findet, dann ist das so eine gemischte Sichtweise und jeder implementiert das zu Hause so, wie sie sich das vorgestellt haben. Und dann haben wir nicht nur eine harmonisierte EU-weite Regel, sondern eine Situation, die schlimmer ist, als sie vorher war. Und wenn man zu einem Bundesstaat wie Deutschland kommt, dann kommen nochmal 16 Länder dazu und damit ist dann der Binnenmarkt eigentlich zerschlagen. Und das wird zumindest sehr schwierig und deswegen ist es vielleicht ein bisschen Faulheit gewesen. Wir konnten uns diese Faulheit leisten, weil der Druck von außen nicht so hoch war, aber wir müssen jetzt die konzeptionelle Arbeit machen und schwierige Debatten führen, um wirklich gemeinsame Standards zu finden. Ich glaube, wir müssen an der Freizügigkeit noch viel arbeiten. Wir müssen es einfacher machen, dass die Menschen tatsächlich von einem Land ins andere wechseln können, ohne Bürokratie, die wir in vielen Bereichen noch haben. Und wir müssen natürlich unser Spielfeld besser schützen. Wir haben bereits Standards, aber die Zollregeln sind nicht gut genug. Wir müssen sicherstellen, dass die Standards, die wir aufgestellt haben, tatsächlich eingehalten und umgesetzt werden. Wenn ich an den Schutz denke, dann hören wir, dass die USA das Thema Investitionen in die grünen Wiese, auf die grüne Wiese vorangetrieben haben. Und da müssen wir auch aktiv werden. Sie versuchen, unser Wissen abzuziehen, indem sie sehr, sehr interessante Angebote machen an Menschen, die in entsprechenden Unternehmen arbeiten. Glücklicherweise sind viele von uns nicht besonders daran interessiert, in Shanghai oder sonst wo zu arbeiten. Dann ist es eigentlich gar nicht so schlecht, in Deutschland oder Frankreich zu leben. Was wir jetzt sehen, was passiert ist, dass viele dieser Unternehmen nach Deutschland kommen, ein Büro öffnen und dann eben einfach hier die Leute einstellen. Und nach zwei, drei Jahren ist das Wissen transferiert und dann wird das Unternehmen zugemacht und das Wissen ist weg. Wir haben da keine Regeln zu. Wir haben da keine Werkzeuge für, dem zu begegnen. Und das müssen wir ernst nehmen, dass das Wissen, was in den Köpfen unserer Menschen ist, geschützt werden muss und dafür gesorgt werden muss, dass das hier bleibt. Und da müssen wir eben neue Investitionsregeln aufstellen. Wir müssen das nicht komplett machen wie die USA, dass man die Staatsangehörigkeit verliert, wenn man Wissen weggibt. Nein, so weit möchte ich nicht gehen. Aber wir müssen darüber nachdenken und Möglichkeiten finden, das zu tun. Und du hast über staatliche Hilfe gesprochen. Ich glaube, das wird eine der Hauptthemen sein. Das geht jetzt nicht mehr um französische oder deutsche Unternehmen. Die sind sowieso da, sondern wenn ich aus Baden-Württemberg mir das angucke, wir sind in der Transformation. Wir müssen hier Unterstützung bekommen. Und wir bekommen das nur, wenn wir mit Rumänien zusammenarbeiten. Das ist ganz schön, aber manchmal einfach auch unrealistisch. Und am Ende haben wir nichts, weil wir, wenn ich es so sagen darf, die dummen Regeln angewendet werden müssen, haben. Und damit stärken wir aber den Binnenmarkt nicht, sondern wir schwächen ihn. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe der nächsten Kommission, diesen Binnenmarkt zu stärken. Sicherlich ist das eine der großen Fragen, die wir lösen müssen und irgendwie auch eigentlich einen Ausgleich dazwischen diese Dingen zu tun, aber gleichzeitig eben das auch auf europäischer Ebene zu machen, um dann nicht eben in irgendwie Einzellösungen der Einzelstaaten zu landen. Anna, du hast ja jeden Tag schon mit der Kommission gearbeitet, um eben genau diese Sachen im Parlament umzusetzen mit dem Rat und hast unsere Ladekabel-Thema gelöst. Sehr schön. Und die ganzen anderen Dinge für die Verbraucherinnen, das ist sichtbar. Und da sehen die Menschen eben die Not, die Ergebnisse, die positiven Ergebnisse. Aber da sind wir wieder im Bereich der technischen Standards. Werden wir in der Lage sein, hier ein Rahmenabkommen zu finden, wo wir eben über die weitere Harmonisierung im Binnenmarkt vorangehen können? Das ist eine hervorragende Frage, auch die Frage, was bedeutet weitere Harmonisierung genau? Es gibt so viel, was wir da besprechen müssen und können, wenn ich mit der Wirtschaft spreche und die wollen viel mit mir sprechen. Ich versuche mich mit denen zu treffen, aber der Hauptpunkt dort ist immer, der Binnenmarkt ist zu fragmentiert. Es gibt zu viele nationale Hürden, Verwaltungshürden, sodass wir nicht 100% aktiv sein können in dem Binnenmarkt. Wenn man sich den letzten Bericht zum Binnenmarkt anguckt, dann sagt es, okay, in Waren ist es ganz gut, aber bei Dienstleistungen nicht. Und wenn wir uns angucken, warum das so schwierig ist, eine Dienstleistung in einem anderen Land anzubieten in der EU, ist ganz einfach zum Beispiel das Sprachproblem. Themen, die man nicht einfach durch Zauberei verschwinden lassen kann. Und der US-Markt hat natürlich da einen Vorteil. Ich habe bereits vergleichende Studien, ich weiß nicht, aus deinem Institut kamen, da hieß es, dass der EU-Binnenmarkt integrierter ist als der US-Markt. Das hängt sicherlich ein bisschen von den Indikatoren ab, die man anschaut. Aber ja, wir haben natürlich trotzdem unterschiedliche Sprachen, wir haben unterschiedliche Bildungssysteme. Also da gibt es Dinge, die man wahrscheinlich auch nicht so leicht lösen kann. Und wenn es heißt eben, wir müssen genauer definieren, was es dann eben bedeutet, mehr Harmonisierung. Und ich glaube, da ist auch viel Gesprächs noch, die Menschen müssen mehr miteinander reden. Aber wenn man sich die größeren politischen Probleme anguckt, die europäische Harmonisierung betreffen, dann kann ich sagen, dass diese Idee, unsere Werte mehr in den Binnenmarkt einzubetten, eigentlich, dass die wirkliche neue Herausforderung ist. Ich habe das für eine Energiewende schon beschrieben und gesagt, es geht nicht nur darum, Grenzen abzubauen zwischen den EU-Ländern, sondern auch die Frage, welche positiven Regeln wollen wir aufstellen, sodass wir die grüne Wende schaffen. Und ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz große Frage, die wir adressieren müssen, wenn wir uns über weitere Harmonisierung unterhalten. Ein Thema, was Sie gesagt haben, Herr Letter, ein Faktor im Mitblick auf das Hochfahren von Investitionen in bestimmten Bereichen, Bereich auf die Transition. Franziska hat sich auch darauf auf die staatlichen Hilfen bezogen. Glauben Sie, dass es eine Möglichkeit gibt, wenn das Teil Ihrer Empfehlung wäre an die Kommission, dass wir das umsetzen können oder öffentlich noch diskutieren müssen, um eben hier weitere Zusammenarbeit verschiedener Mitgliedstaaten zu fördern? Denken Sie darüber nach oder wollen Sie darüber nachdenken oder soll die gesamte Union sich eigentlich gesamt fortbewegeln? Wie sehen Sie das? Ganz ehrlich, ich glaube, wir brauchen hier Lösungen und Lösungen zu finden. Dazu ist es manchmal notwendig, eine kleine Arbeitsgruppe zu haben, eine kleine Gruppe von Menschen zu haben, voranzugehen und die anderen folgen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir bei einigen Themen uns das weiter leisten können, wirklich auf das letzte Veto zu warten. Es gibt viele Themen, das ist heute hier nicht das Hauptthema, aber es gibt ein Thema, das mir sehr wichtig war vor zehn Jahren, nämlich in Lampedusa hatten wir die ersten Katastrophen zu dem, was im Mittelmeer passiert. Und nach zehn Jahren, ich kann gar nicht sagen, dass es für alle 27 unmöglich ist, da eine Lösung zu finden. Ganz ehrlich, ich muss sagen, das ist das beste Beispiel, um zu sagen, dass es manchmal einfach kleiner Kooperationen die richtige Lösung sein können. Denn das vermeidet auch Alibis für große Länder, große Länder, die Ungarn beispielsweise, haben das oft gesagt. Wir können das nicht wegen der Polen. Nein, wir können das und wir wollen das auch, wir machen das auch. Und ich glaube, es gibt eine große Verantwortung hier der großen Länder, insbesondere wenn die großen Länder sich bewegen. Ich glaube, dann wird diese Bewegung, wenn es eine fokussierte, entschlossene Entwicklung ist, dann tut mir leid jetzt, wenn ich hier das Migrationsthema angesprochen habe. Aber wenn wir so weitermachen, dann werden wir die extreme Rechte haben, die Rechtsaußen haben, die das ausnutzt für sich, für ihre Ideen. Denn wir folgen wieder, wir versprechen wieder zu viel oder wir umgehen die Tatsache, dass wir das Thema bearbeiten müssen und verschließen unsere Augen davor. Das ist also ein ganz typisches Beispiel, da wo es absolut nötig ist, die Verantwortung selbst in die Hand zu nehmen. Und wenn es nötig ist, in unterschiedlichen Geschwindigkeiten zu gehen. Europa heute ist natürlich ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten. Da gibt es viele verschiedene Bereiche, in denen wir unterschiedlich schnell vorangehen. Und es hängt eben davon ab, wie man das Problem lösen möchte. Ich bin sehr stolz. Vor einigen Jahren war die Position meiner Partei, dass wir gegen verschiedene Geschwindigkeiten waren. Und ich habe das vorgestellt. Ich habe das angesagt, dass wir das machen sollen. Und ich habe verloren. Manchmal, naja. Aber am Ende ist es eben doch Parteipolitik gewesen geworden. Und ich bin immer noch überzeugt, dass das der richtige Ansatz ist. Okay. Jetzt müssen wir vielleicht auch nochmal die nötige Führung durch die Regierungen ansprechen. Und ich denke, da ist es gut, wenn man eine Veröffentlichung der Heinrich-Böll-Stiftung ins Auge fasst. Actually European. Und da heißt es, dass die Mehrzahl der Deutschen auch sehen, dass die Vorteile des Binnenmarktes die Nachteile überwiegen. Und die meisten Deutschen doch für die Finanzierung der grünen Industrie unterstützt. Also es gibt schon die Sichtweise, dass der Nutzen die Nachteile überwiegt. Und dass die Menschen dafür bereit sind, dazu bereit sind. Und deswegen sollten wir vielleicht mit den Bausteinen beginnen. Und vielleicht, um nochmal zurückzukommen auf den Punkt des Vertrauens in dieser Hinsicht. Die Bürgerinnen in Europa haben natürlich viel Interesse an dem, was geliefert werden sollte. Und ich glaube, das ist nicht das Thema des Überversprechens, sondern des Nichtlieferns. Und das Nichtliefern von Lösungen für die Probleme. Und ich glaube, eine der Kernfragen hier ist, was glauben wir, was könnte eine Reform des Binnenmarktes den Bürgerinnen bringen, wenn wir die Reform in den nächsten Jahren umsetzen? Was kann ein Kernversprechen, eine Vision sein, an der wir uns ausrichten können? Ich weiß nicht, wer beginnen möchte von euch. Ich wollte die schwierige Herausforderung annehmen, wie die Enrico gesagt hat, wie wir das finanzieren. Aber ich lasse das gerne aus. Wir haben natürlich auch gesagt, eine Finanzunion zu besprechen ist schwierig. Ich denke, das Schöne des ersten Rettungspakets war natürlich, den Ländern zu helfen, die Krise zu überwinden. Aber die Schwierigkeit war, es war national. Es gab keinen Teil, der an gemeinsame europäische Projekte vergeben wurde. Und wenn wir das nochmal neu denken, dann müssen wir dafür sorgen, dass es europäisch ist. Es gab keine Finanzierung für europäische Infrastruktur, für gemeinsame Industrieprojekte und so weiter. Und wenn wir die europäischen Bürgerinnen und Steuerzahlerinnen davon überzeugen wollen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dann müssen wir hier leisten, eine europäische Infrastruktur zu schaffen und das als europäischen Ansatz zu sehen. Ich glaube, es kann keine weitere Runde der Verschuldung für Nationalstaaten geben. Ich glaube, das sind die Projekte der gemeinsame Ansatz. Und dann wird sich die Debatte anders gestalten. Es ist nicht eins der Probleme auch, Enrico Letta, dass der Nutzen von den kleinen und mittelgroßen Unternehmen nicht wahrgenommen wird. Die kleine Bäckerei um die Ecke, die hat keinen Nutzen davon. Jedenfalls sieht sie ihn nicht von der nächsten Generation der EU. Diese Debatte zeigt uns doch, dass das auch anders gehen können muss, sodass kleine und mittlere Unternehmen eben da besser sind. Und ich kann nur unterschreiben, was Franziska gerade gesagt hat und ich möchte noch einen Punkt hinzuführen. Der Binnenmarkt ist großartig für große Unternehmen und wird von vielen den kleineren Unternehmen als Bedrohung wahrgenommen. Aus einfachem Grunde, eine KMU arbeitet normalerweise lokal. Und lokal bedeutet, dass der Binnenmarkt den Wettbewerb vor die Tür bringt, was man lokal macht. Und für das kleine Unternehmen ist es aber sehr schwierig, ins Ausland zu gehen, aus einfachen Gründen. Anna hat Sprachprobleme erwähnt, aber erstmal wegen der Unternehmensgesetzgebung, wegen der Finanzgesetzgebung. Und ich denke, darüber nach in dem Bericht aufzunehmen, zum Beispiel, wie eine gemeinsame, einheitliche, einheitssicher, rechtlicher Rahmen geschaffen werden kann. Wie kann ein gemeinsames Unternehmensrecht geschaffen werden, Handelsrecht geschaffen werden, sodass es für ein Unternehmen egal ist, ob es in der Tschechischen Republik, in Italien, in Frankreich oder sonst wo arbeiten kann und nicht eine Herde von Anwälten braucht, die es nicht bezahlen kann. Ich glaube, das ist etwas, was den Diskurs hier komplett verändern würde, zu dem, was du vorher gesagt hast. Was ist das für mich? Was ist für mich der Binnenmarkt? Und ich denke, es ist etwas anderes. Ich kann mich irgendwie daran erinnern, irgendwo im Hinterkopf habe ich noch den Rechtsausschuss, da ging es um Unternehmensrecht und das wurde ja schon oft diskutiert, aber das endet dann irgendwo im Nirgendwo. Anna, wie können wir das machen? Wie können wir dem begegnen? Ja, das ist etwas intern, aber jemand aus dem Parlament hat versucht, mich davon zu überzeugen, in diesen Ausschuss zu gehen, in der nächsten Legislaturperiode. Ich denke darüber nach, aber um eben genau dieses Thema Unternehmensrecht anzugehen. Und da gibt es auch einige Brüche, die Sorgfaltspflicht beispielsweise, die Finanzberichte, das sind natürlich auch EU-Themen, aber es gibt kein richtiges Unternehmensrecht und ich glaube, das ist ein großartiger Vorschlag. Wenn wir jetzt nochmal darauf zurückkommen, auf deine Frage von eben. Ich habe eine Studie in Ostdeutschland gemacht, um zu sehen, ob es zwischen Ost- und Westdeutschland einen Unterschied gibt in der Sicht der EU. Ich habe es vor zwei Jahren ungefähr getan und wir haben dabei gesehen, dass insbesondere in Ostdeutschland die Leute wollten, die Menschen wollten, dass die EU liefert. Und der Binnenmarkt hat hier eben die gute Möglichkeit, den Menschen zu zeigen, dass die EU tatsächlich liefert. Es gibt verschiedene Gesetzgebungsaspekte, die direkt die Menschen befassen. Und ich habe in Sachsen mit Menschen gesprochen. Da ist es oft nicht einfach, EU und Grün zu vertreten. Aber das ist doch etwas gewesen, was die Menschen gut geheißen haben, was sie erwarten können aus dem Binnenmarkt. Und wir haben auch gesagt, die Menschen müssen im Zentrum stehen. Und ich habe das Gefühl, alles wird liberalisiert, überall ist Wettbewerb, aber sie sind nicht geschützt. Und das Leben wird konkret, Menschen müssen den Eindruck haben, dass das Leben konkret besser wird. Das beantwortet schon fast meine letzte Frage, die ich einfach mal hier in die Runde stellen möchte. Und die Frage ist natürlich, wir werden eine Kampagne zur Europawahl haben. Also stellt sich diese Frage ja immer wieder, wie wir das so umsetzen, dass die Menschen das interessant finden. Es gibt den Green Deal, es gibt den Next Generation. Wir suchen immer die richtigen Schlagworte, um die Aufmerksamkeit der Menschen auf die europäischen Lösungen zu lenken. Und das kann eben sein. Vielleicht gibt es jetzt hier in der Schlussrunde noch einige Ideen dazu. Nun, mit Blick auf die Freiheit, da zu bleiben, wo man ist, dann ist, glaube ich, der Fokus auf gute, zukunftsfähige Jobs. Damit bleiben die Menschen zu Hause. Ich glaube, das ist ein Kern und ein Kern der Aussage. Und der zweite Punkt ist, dass der Binnenmarkt eben Praktiken verhindert, die unsere Demokratie unterlaufen. Das wird der zweite Meilstein sein. Also die ganzen Lügen, das Fake, was wir auf den sozialen Medien haben. Ist die EU stark genug, um mit Meta zu kämpfen und gegen Elon Musk anzutreten? Ist die EU in einer Position, um unsere Demokratie zu Hause zu erhalten? Ich glaube, das werden zwei wesentliche Punkte sein, wo jeder beurteilen kann. Jede beurteilen kann, ob die EU hier die richtigen Dinge liefert. Enrico Lette, es tut mir leid. Ich muss da ganz was anderes zu sagen. Meine große Sorge ist, dass wir in das nächste Parlament wählen und in der Realität die einzigen wirklichen politischen Debatten zu nationalen Themen sein wird, nicht zu europäischen Themen. In Deutschland wird es eine Debatte geben, nicht nur wo Europa hingeht, sondern ist die nationale Regierung pro oder gegen Europa. In Frankreich und Italien wird die Debatte ähnlich sein. Und das ist die Katastrophe, denn es ist ein Rückschritt. Es ist ein Weg, um den Bürgerinnen zu sagen, ihr glaubt, dass die Europäische Union ein undemokratisches Gebäude ist. Und ihr habt recht, denn wir wählen. Und am Ende des Tages zählt die Stimme nicht. Denn die Debatte geht nur auf der nationalen Ebene weiter. Und das ist, glaube ich, hier eher dann eine Abstimmung für die nationale Situation. Also, wir gehen in die Wahlen ohne Veränderungen in diesem Thema. Und ganz ehrlich gesagt, wir haben große Sorge, dass die europäischen Wahlen, die EU-Wahlen hier genauso wieder laufen werden. Und aus meiner Sicht wäre das ein sehr großes Problem für die nächste Legislaturperiode und auch deren Legitimation. Und die nächste Periode ist entscheidend für den Green Deal, für die Zukunft des Planeten. Und wenn wir nicht in der Lage sind, das zu legitimieren, die europäische Führung zu legitimieren, dann werden wir immer das Problem haben, dass wir am Ende des Tages die Mitgliedstaaten bestimmen. Und dann wird alles dort diskutiert. Und ich muss sagen, das ist ein ganz großer Fehler. Und den möchte ich gerne bekämpfen. Ist das Europäische Parlament darauf vorbereitet, diesen Kampf zu führen? Und wird es eine überparteiliche Kampagne geben, die diese europäischen Themen ins Visier rückt, ohne die nationalen Themen zu fokussieren? Ich glaube, diejenigen, die schon lange in Europa unterwegs sind, haben wir leider oft den Effekt, dass wir die EU, die nationalen Regierungen haben. Aber wir haben eben auch gesehen, wenn es sehr, sehr gute Topics gibt, die die Menschen aktivieren, dann passiert auch was. Das letzte Mal, als ich kandidiert habe, da gab es eine Debatte zum Artikel 17, glaube ich, des Urheuber-Rechtes. Und die jungen Menschen waren auf der Straße und haben gesagt, jetzt stimmen wir für den linken Flügel, weil der rechte Flügel das Internet zerstört. Und manchmal kann man mit konkreten Themen die Menschen mobilisieren. Man kann das auch nicht unbedingt lenken. Das hängt immer ein bisschen von der öffentlichen Debatte ab. Aber ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist, ist, das genau so zu machen, dass wir den Bürgerinnen den Eindruck vermitteln, ja, deine Stimme zählt. Wir hatten so oft so enge, knappe Abstimmungen, wo nur ein, zwei Stimmen was Unterschied machten. Sei es jetzt die Pflanzenschutzgesetze oder andere. Und da kann man schon sagen, es macht einen Unterschied, was der Einzelne, die Einzelne wählen. Und das ist, glaube ich, das, woran wir arbeiten müssen. Ich glaube, wir werden sicherlich das vertreten. Und die Stiftung wird auch viele Veranstaltungen zu machen, um diese konkreten Themen zu beleuchten. Diejenigen, die jetzt noch in die Vision des Binnenmarktes einsteigen möchten. Wir haben auch eine Publikation der Brüsseler Abteilung unserer Stiftung. Das haben wir hier auch online gestellt. Da kann man nochmal nachlesen. Da können Sie nochmal nachlesen, um klarzumachen, dass die nächsten Wahlen eine Schlüsselrolle für die Zukunft der Europäischen Union stellen werden. Applaus